Herzlich Willkommen, ihr seid hier bei Jagaloo ABESET mit KittyCat und mein ABESET geht so. A steht bei mir für Atlanta, ich liebe Musik aus Atlanta, Dirty South, Hip Hop, Ludacris, alle möglichen Künstler sind aus Atlanta, ich liebe es. B steht für Berlin, Berlin die Stadt, in der ich wohne, die ich liebe, in der ich Musik mache. C steht für C wie Cäsar aus dem Alphabet, so sage ich das nämlich auch immer, wenn ich irgendjemandem was brustabiere, also ganz einfach, C wie Cäsar. D wie Dummkopf, manchmal quatsch ich scheiße und dann bin ich voll der Horst, also Dummkopf, D. E, A, B, C, D, E. E steht für Ecstasy, was ich nicht zu mir nehme, weil ich es einfach nicht mag, so komische Drogen zu mir zu nehmen. A, B, C, D, E, F. F steht für Frieden, Peace to the World. G steht für Gangster. Ich glaube, jeder von uns hat ein kleines bisschen Gangster in sich, also G steht für Gangster. Wo sind wir jetzt bei H? H steht für Hölle, da will ich nicht rein. I steht für Igel, bitte passt auf, wenn ihr auf der Straße fahrt, dass ihr keine kleinen Igel umfahrt. J steht für Joint, raucht man gerne im Bereich Hip-Hop. I, J, K steht für Cat, that's me, baby. L steht für die Liebe. Ich hoffe und wünsche euch ganz, ganz viel davon. M steht für Muschi. N steht für Nordpol. Da hoffe ich, werde ich nie wohnen müssen. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O sind wir angekommen. Steht für O-Saft, trinke ich nicht so gerne, macht Magen-Action. P steht für Peace, sag ich auch oft, wenn ich raus bin, Peace, O-P, Q, Q steht für ganz, ganz schwer. I, Q, fällt mir nichts anderes ein. R steht für Reudig. Manche Typen von euch sind richtig Reudig. S steht für Super, mein neues Album ist super. R, S, T, T steht für Techno, höre ich absolut nicht. Ja, jetzt, was kommt nach T, war U? U steht für U, ist das gut. Sowas wie mein Album, das ist richtig gut. U, shit, U, we. Hey, was haben wir dann noch? V steht für Vogel, du hast aber einen Vogel, wenn du mein Album nicht geholt hast. W steht für, willst du nicht mein Album kaufen? Was haben wir jetzt noch? X, Y, Z. X steht für Xavier Naidoo, war auf meinem zweiten Album raus, schöne Grüße, äh, drauf, schöne Grüße an dich. Y steht für, wow, fällt mir gerade gar nichts zu ein, ähm, Y, 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 Y fällt mir nichts zu ein, es tut mir leid. Vielleicht Jagalu TV, da bin ich jetzt ganz von alleine drauf gekommen. Und Z steht für, ähm, Zero und da fange ich gerade an. Ich fange bei Null an und gehe hoffentlich bis nach oben mit euch. Peace out, kitty cat.